Nach der Legende der Samurai ist ein Ronin ein Samurai ohne Ziel, ohne Bestimmung. Wolverine ist der ultimative Außenseiter. In unserem Film ist er vielleicht isolierter als jemals zuvor. Sie sind kein Jäger, oder? Nein, nicht mehr. Er hat das Leben so satt, sogar seine Heilkräfte. Er hat alle Hoffnung verloren und das ist gefährlich für jemanden, der so stark ist wie Wolverine. Der Beginn des Films spielt im Zweiten Weltkrieg. In Nagasaki, als die Atombombe fällt, alle sind in Panik. In diesem Moment trifft Logan den jungen Yashida und rettet sein Leben. 60 Jahre später ist aus Yashida der wohl mächtigste Geschäftsmann Japans geworden. Mein Auftraggeber wird sterben. Er möchte dir danken, dass du ihm das Leben gerettet hast vor so vielen Jahren. Sie sehen unverändert aus, aber das ist ja auch keine Überraschung. Na schön, Sie wiederzusehen. Er sieht in Wolverine die Fähigkeit zu leben, auch wenn dieser nicht unbedingt will. Ich kann sie sterblich machen. Was die mit mir gemacht haben, kann nicht rückgängig gemacht werden. Dann seien Sie sich nicht so sicher. Yoni! Wolverine ohne seine Heilkraft. Was ist da alle passiert mit mir? Eine neue Geschichte. Seine Kräfte sind geschwunden. Was verheimlichen Sie? Was hat Ihr Großvater zu ihm gesagt? Wenn das Testament verlesen wird, werde ich die mächtigste Person in Japan sein. Diese Rüstung dort gehört dem silbernen Samurai. Sie wird für immer für den alten Mann Wache halten. Ich weiß nicht, wie man trauen kann. Irgendwas stimmt hier nicht. Logan! In den Kämpfen zeigen sich alle Elemente. Vom Antlitz des alten und neuen Japans. Von den Ninjas über Weiber bis zum Silversamurai. Die Wolverine ist verwundbarer. Ich sah deinen Tod. Gefährdeter. Und monströser als jemals zuvor. Wir werden deine Kapitulation annehmen. Mehr Männer, hast du nicht dabei? Wolverine. Weg des Kriegers. Was für eine Art Monster sind Sie nur? Ich bin Wolverine. Ab 25. Juli im Kino.